Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Open Beta. Ja, wir starten mal wieder im Panzer. Der Panzer ist so ziemlich mein Lieblingswerkzeug geworden. Tja, er ist einfach ziemlich cool. Lässt sich sehr gut fahren. Ähm, ich mag ihn einfach. Hält was aus. Er ist einfach rein hier. Los. Einfach wunderbar. Und seht ihr, ich hab gerade dieses A angewählt. Ich bin Gruppenführer, seht ihr in der grünen Schrift. Ich steh ganz oben, der Squadführer. Und mit zweimal Q-Taste drücken, hab ich glaube ich schon mal gesagt, könnt ihr so ein Ziel anwählen. Das heißt, ihr gebt ein Ziel für die Gruppe an. Dann bekommt eure Gruppe mehr Punkte, wenn ihr den Punkt beschützt oder ein O wollt. So, und jetzt fahren wir mal weiter zu B. So. So, jetzt geht's gleich rund. Vorne an der Ecke ist meistens schon gerangelt. Müssen wir mal gucken. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon, da hinten. Dann fahre ich mal hier rum. So, Platz da. Klein. Oh, daneben. Nochmal. Stürb. So. Erster Treffer. Ach, der ist schon muß. Ja gut. Die von hinten haben den Platz gemacht. Wo ist jetzt der, wo ist der Panzer hin? Da ist er. Jawohl, schön auf die Kette. Noch ein. Jawohl, ja. Ach, diese blöden Dinger. Das sind eine Art Straßensperren, wenn ihr euch da nicht, wenn ihr da nicht gesehen habt. Ähm. Ja, nützt ja nix. Schnell. Aus. Dann müsst ihr da auf den Knopf drücken, um die rein oder raus zu machen. Da kommt der Panzer wieder. So, mein Freund. Jetzt bist du... Ich hab' dich in einem Enemies-Tank. Ah. Aus Feuer. Ha, 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 ha. Hab' ich dich. Oh. Die Kipperei ist nicht gut. Dann besieht uns einer an. Vom dummen Dach. So, als hätte er den im Griff. Oh. Sehr gut. So. Geht ihr? Ich hab' die... ...D angewählt. Das blinkt jetzt. Oh. Das wird knapp. Oh, vorsichtig, 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 vorsichtig. Jawohl, mitten rein. Der ist schon ausgestimmt. Ah. Oh. Weg mit dem Ding. So. Fahren wir jetzt zu E. Fahr doch. Fahr doch. Fahr doch hoch. Da ist ein Hostile Helikopter. West, wo du willst. Oh. Ui. Fahr jetzt hinter dir. So, Gemüse. Hinterm Busch, hinterm Busch. Das ist weg, oder? So, ab. Oh, zieh doch, zieh, zieh. Fiste. Der Echo ist nun auf. Sehr schön. Hä? Ach, dahinter, guck mal. So. Ist gut versteckt. Na mein Freundchen, die kriegen wir doch. Ja, sehr guter Mann, guter Mann. Ach, ich trockle. Bumm, Nummer eins. Daneben. Ha, 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 ha. Einlauf, komm! Stopp! Ah, verdammt. Pam, weg ist die Sau. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Ah, er repariert, sehr schön. Ja, wieder zu D, D am Blinken, ne? Machen wir mal Platz da. Da ist echt unwahrscheinlich, wie das Game aussieht, ne? Hier fliegt alles solche Zeug durch die Gegend. Heftig. Grafen ist nicht rein. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Da ist immer... Hier steh ich nicht so gern. Zack, haben mich schon einen auf den Arsch gekriegt. Wo? Unten, oben. Verdammt. Ah, der hat einen gesehen. Ich halte mal still. Sonst verziehe ich den ja immer das Ziel. Vertraue mal meinem Beifahrer. Ich muss ein bisschen vor und zurück fahren. Ich kann nicht einfach stehen bleiben wie eine normale Zielscheibe. Sieht da ganz gut aus, das Feld. So, was machen wir denn jetzt? So weit, so gut. Und, was ist denn hier wieder? Oh, da. Kommt wieder hin. Geht wieder ein Stück zurück. Die blöde Hütte. Wo schießt der denn? Der schießt denn die Gläser kaputt, oder was? Wo ist der Dreckshubschrauber? Da ist er. Da springt einer ab. Feuer! Ja, dieses doofe Gebäude. Ich wüsste, wo man welche Stützen das sind. Der schießt mich hier. Ja. Der Hubschrauber ist noch vorhalten, vorhalten, vorhalten. Ah. Verdammt. Höher komm ich mit dem Lundrohr. Ich kann es, ich kann es, ich kann es. Verdammt. Weg hier. Fahr, 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 fahr. Oh, da ist ein Panzer. Wo ist der? Ah, da. Treffer. Dieser Treffer. Immer in die Seite. Oh. Kein guter Treffer. Der hat nichts mehr. 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 Der kriegen wir. Ah, der rennt schon. Hinter der Wand. Aufpassen. Aufpassen. Feuer! Wo? Da ist er. Da ist nicht so. Ich fahre in die Hütte. Rein da. Platz machen. Poplingregale. Da hinten. Oh, 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 oh. Pass auf! Golex. Verdammt. Golex. 77. Guter Einsatz, würde ich sagen. Ah, verdammt. Naja, okay. Wir haben echt lange, lange, lange durchgehalten. Mit unserem ersten Panzer. Ho, 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 ho. War doch mal geil. Hier bei A. Reitiger Panzer. Wo ist er da oben? Au! Super. Oh, da haben wir ja ganz gut. In der Mitte. Kriege ich noch einen Schuss raus? Na, warte. Schön von hinten. Zang! Pam! 86. Ah! Okay, aber der Panzer ist Schrott. So. Schnell, 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 schnell. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Mh. Oh. Boah. We have controlized objective problems. Den hab ich nicht getropft, kann er nicht wahr sein. Ey. Er schmeißt mir eine Granate. Wer war das? Wer war das? Ich geb ihm doch einen mit. Jawoll. Feuer! Boah! Oh, was ist der denn wahr? Klaut den Panzer. Ah, Mist. Schade, schade, schade. Wohl. Drei zu drei und erster. Was ist das denn? Ja, mit dem Punktesystem habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Leute, ich habe drei Kills. Bin dreimal gestorben. Und stehe auf Platz eins. Und ich glaube fürs überleben, fürs reine pure Überleben oder hier so Team-Action, die wie so Punkte halten, Punkte defenden. Ne? Da gibt es auch Punkte für. Also, was heißt Punkte? Hier, ich meine die Einsatzpunkte natürlich. Ah, kommt schon irgendwie richtig. Oh, jetzt. Na jetzt, blöde. Hör mal hoch. Du bist so saufbar, ich war trotzdem hoch. Da rennt da. Ah, das wäre nicht gut. Er ist weg. Reparieren. Ein bisschen ein Rissen, ein bisschen zurück rein. So, mein Freund. Wie sieht's aus? Ja, reparier mich mal, schnell. Ah, pass auf. Au. Der Terminator 2033. Ja, er kommt ja aus der Zukunft. Ha, ha, ha. Ne. Fangen wir mit dem Bötchen. Okay, fangen wir mit dem Bötchen. Geil. Hammer, 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 geil. Guck dich das an. Ja, echt. Nein. Oh nein. Du willst doch nicht. Nein. Fahr nicht dahin. Da ist die kackige Kämpferstation. Das Gebäude direkt abreißen. Jetzt. Komm runter. Zieh. Ah. Ja, verdammt. 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 Da. Zieh nur da runter, du. Ach. Super. Ah. Schwimm ich halt. Nützt ja nix. Oh. Oh, ding. Heads up. I have eyes on an enemy helicopter. West of where you are. Ja, gut. Dann gehen wir gleich weiter zur E, oder? 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 Gucken wir erst noch mal. Hier rattert noch wat. Seh nix. Da kommt ein Panzer. Da is er. Snell. Oh, der fällt hier lang. Nee. We no longer have objective, bravo. So, tschüss. Wo ist die sau? Oh. Zack. So. Hey. Genau. Alle mal mitkommen. Ich bin schnell da hoch. Ich bin ja am liebsten da oben. Panzer? Ja, dann nehm ich mal den Panzer. Komm, lau. Zieh, 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 zieh. Jugo, zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh. Na, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So. Die kleinen Freunde. Wo seid ihr denn? Da geht. Mein einziger Panzer ist halt über und übersichtlich. Ah, sehr schön. Da geht er dann. Dann fahren wir wieder zu D. Hinter dem ist der Hufschrauber. Aber der lässt sich mit Ruhe. Der kommt ab. Sehr gut. Wir haben neutralisiert. Objektiv. Bravo. Woher schießt der? Das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht, wenn wir jetzt halt... Ob er da einen drin hat, der wahlweise... Da... Ziel, Ziel, Ziel. Pam. Mach. Ha, 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 ha. Oh. Da neben. Lol. Weg mit dir, du... Karre. Der erste Speed enemy Tank. West of your location. Wo ist enemy Tank? West of my location.